Zwei Wissenschaftler erforschen die Welt des Paranormalen und verschwinden spurlos. Ihre Codenamen? Angst und Schrecken. Ihr Vermächtnis? Ein Archiv, das tief im Verborgenen lag bis jetzt. Folgen Sie mir, dem Archiver in die Welt von Angst und Schrecken. Die Zwillingspuppe Fallakte mit angeheftetem Brief, beiliegendem Zeitungsausschnitt und Fotoabzug Als Archivar weiß ich, dass es wichtig ist, stets alle Teile einer Geschichte zu beleuchten, ehe man sich ein fundiertes Urteil bildet. Ich halte es daher für vernünftig, zunächst den Zeitungsartikel und anschließend den erklärenden Brief des Wissenschaftlers Angst zu zitieren. Herzberger Wirth gesteht 13-fachen Mord an unsichtbaren Mädchen. Herzberg am Harz, 30. April 1954. In der Nacht auf den 1. Mai kam es in der Harzer Gemeinde zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz. Die traditionelle Maifeier anlässlich Walpurgis wurde jähdurch eine schwer verletzte, offenbar verwirrte Person gestört. Bei der Person handelte es sich um den dorfbekannten Wirtshausbesitzer Otto Brandenstein. Dieser wurde kurz vor Mitternacht blutüberströmt und schreiend auf der Dorfstraße von Polizeibeamten aufgegriffen, die außer Dienst der Maifeier beiwohnten und daran gehindert, sich in die Flammen des Maifeuers zu stürzen. Der unauffällige Brandenstein war bis dato stets ein vorbildliches Mitglied der Gemeinde. Den Beamten vor Ort erklärte er, dass er die sofortige Festnahme seiner Person fordere, da er für den grausamen Mord an 13 Seelen verantwortlich sei. Brandenstein nannte 13 weibliche Namen, die er als seine Opfer deklarierte und erklärte, keines dieser Opfer sei älter als 12 Jahre alt gewesen. Die Beamten stellten zudem eine Selbstverstümmelung Brandensteins fest. Der mutmaßliche Täter hatte sich selbst mit einem Küchenmesser beide Daumen abgeschnitten. Er konnte so laut eigenen Aussagen Die Durchsuchung des Wirtshauses sowie Nachforschung auf Brandensteins Grundstücken förderte jedoch keine Opfer oder Hinweise auf Gewaltdaten mit Todesfolge zutage. Otto Brandenstein wurde bis auf Weiteres in die Psychiatrische Heilanstalt Göttingen verbracht. Die Polizeidienststelle Herzberg fordert die Bevölkerung zu sachdienlichen Hinweisen auf. Jegliche Beobachtungen, die zur Klärung des Falls beitragen können, sollen umgehend an die Polizei Herzberg gemeldet werden. Mein lieber Schrecken Anbei finden Sie den Zeitungsartikel als Grundlage meines Berichts, der im Folgenden eine höchst merkwürdige Causa zusammenfasst. Vor kurzem erhielt ich einen Anruf aus einem beschaulichen Ort im Südharz, einem Städtchen namens Herzberg. Der Anrufer, welcher sich als Viktor Brandenstein vorstellte, wirkte nervös und ließ nach einigem Unbehaglichen vor und zurück schließlich durchblicken, dass er Hilfe in einer, wie er vermutete, paranormalen Angelegenheit brauche. Ich bat Herrn Brandenstein mir in Grundzügen die Natur seines Problems zu schildern. Er wirkte allerdings gehetzt und abgelenkt, weshalb ich beschloss, meine geplante Reise nach Honolulu zu postponieren und stattdessen dem schönen Harz einen Besuch abzustatten. Wie Sie wissen, bin ich für gewöhnlich kein Freund über alter Planänderungen, doch die Furcht in Viktor Brandensteins Stimme veranlasste mich schließlich, meine Reiseroute dennoch zu ändern. An der Herzberger Adresse angekommen, empfing mich Viktor Brandenstein vor einem schon etwas in die Jahre gekommenen Gasthaus. Trotz der offensichtlichen Betagtheit des Gebäudes strahlte es eine einnehmende Ehrwürdigkeit aus, von der ich zunächst nicht sagen konnte, ob sie einladend oder bedrohlich wirkte. Wir setzten uns in die verwaiste Gaststube, die scheinbar seit Jahrzehnten nicht mehr benutzt worden war, und mein Gastgeber begann mir ohne Umschweife den Grund seines Anrufs zu schildern. Viktor war der Erbe des Gasthofes Brandenstein. Das Anwesen befand sich nun seit mehr als 200 Jahren im Besitz der Familie. Nach einigen Jahren als Handelsreisender für zahlreiche Verlage hatte Viktor beschlossen, in das Haus seiner Familie zurückzukehren. Er plante, den Gasthof zu renovieren und ihn in eine Pension für Urlauber, die den Harz besuchten, zu verwandeln. Er hoffte, dass ihm die Ruhe des abgeschiedenen Ortes mehr Muße für das Schreiben eines Romans bieten würde, doch was auf den ersten Blick wie der idyllische Traum eines jeden Schriftstellers schien, entwickelte sich für Viktor Brandenstein schnell zu einer traumatischen Erfahrung, die ihn an der Gesundheit seines Verstandes zweifeln ließ. Er hatte mit der Renovierung des Gasthauses im Frühjahr begonnen. Zu diesem Zwecke hatte er sich die Unterstützung einiger Handwerksbetriebe aus benachbarten Orten gesucht. Dem Umstand, dass die zwei ortsansässigen Handwerksbetriebe nicht auf seine Anfragen reagierten, maß er zu diesem Zeitpunkt noch keine große Bedeutung bei. Während die Handwerker damit begannen, die heruntergekommenen Kammern im ersten Stock des Hauses in behagliche Gästezimmer zu verwandeln, widmete sich Viktor der Räumung des Dachbodens. Über Jahrzehnte hatten hier alte Möbel, Dokumente und Kisten gelagert, einem Panoptikum seiner eigenen Familiengeschichte gleich, das es nun zu entwirren und zu entrümpeln galt. Er fand die Puppe an einem Sonntagabend. Die Handwerker hatten frei, sodass Viktor sich in Ruhe der Durchsicht einiger Kisten auf dem weitläufigen Dachboden widmen konnte. Als er gerade den Platz vor einer verrusten Dachluke freiräumte, fiel ihm plötzlich eine längliche Kiste ins Auge. Durch das rötliche Abendlicht, das durch die verschmierte Luke fiel, schien sie laut Viktor beinahe zu leuchten. Etwas an ihr zog ihn magisch an, und ehe er sich versah, hatte er die mit schweren Nägeln verschlossene Truhe aufgestemmt. In der Truhe lag eine circa einen Meter große Puppe. Ein mädchenhafter, mit Stroh gefüllter Puppenkörper starrte Viktor aus schwarzen Glasaugen an. Man hatte die Puppe als Matrosin verkleidet. Ein kleines weißes Barrette saß schief auf dem rotblonden Haar, das zu zwei Zöpfen geflochten war. Viktor überkam ein merkwürdiges Gefühl. Einerseits fühlte er sich stark von der Puppe angezogen, andererseits jagte ihm die starre, menschenähnliche Gestalt im Zwielicht des verlassenen Hauses einen kalten Schauer über den Rücken. Er besah sich die Kiste genauer, konnte aber aus einem krude eingeritzten B am Boden der Kiste nichts über ihren vormaligen Besitzer herausfinden. Viktor vermutete, dass eine Cousine oder vielleicht sogar Großcousine die Puppe einmal bei einem Besuch hier zurückgelassen hatte. Auf die Verbannung in die verrammelte Kiste konnte er sich allerdings keinen Reim machen. Er beschloss, die Puppe mit in die Gaststube zu nehmen und als historischen Fund der Innenarchitektin zu übergeben, die in einigen Tagen zur Ausgestaltung der Gastzimmer anreisen würde. In dieser Nacht schlief Viktor unruhig. Er wälzte sich in absonderlichen Träumen und fantasierte über die seltsame Puppe, die ihm scheinbar nicht einmal im Schlaf aus dem Kopf gehen wollte. Im Traum, so schilderte er mir, befand er sich auf der brachen Wiese hinter seinem Haus. Mit nackten Füßen kniete er im Morast und grub mit bloßen Händen eine Grube. Als er seine zitternden Handflächen betrachtete, waren diese über und über mit Blut beschmiert. Mit Schrecken stellte er fest, dass seinen beiden Händen die Daumen fehlten und lediglich blutige, erdbeschmutzte Stumpen aus seinen Handflächen ragten. Mit einem erstickten Schrei erwachte er. Benommen entzündete er das Licht im Zimmer und als sich seine Augen an das helle Licht gewöhnt hatten, sah er sich dem nächsten Schrecken gegenüber. Doch diesmal träumte er nicht. Die Matrosenpuppe, die er seiner Überzeugung nach in der Gaststube gelassen hatte, saß aufrecht in einem Sessel am Ende des Bettes. Viktor erschrak bis ins Mark. Führte die Anwesenheit der Puppe jedoch dann auf seine allgemeine Zerstreutheit zurück. Der Umbau des Hauses kostete ihn viel Kraft und die Auseinandersetzungen mit der familiären Vergangenheit machten ihn seiner Ansicht nach übersensibel für allerlei nebensächliche Vorkommnisse. Er vergaß den Vorfall schnell, schlief aber auch die nächsten Tage unruhig und von wirren Träumen geschüttelt. Einige Male schien ihm, die Puppe änderte ihren Platz im Haus. Er schrieb das Phänomen allerdings den Handwerkern zu, denen das kostbare Stück vermutlich bei der Arbeit im Weg gewesen war. Es war am darauf folgenden Sonntagabend, als er wieder die Zeit fand, sich mit den Hinterlassenschaften seiner Familie auseinanderzusetzen. Er stieß auf ein Bündel alter Fotos und Zeitungsausschnitte und nahm die alten Unterlagen mit in sein provisorisches Schreibzimmer im ersten Stock. Dabei folgte ihm eine kleine, graue Streunerkatze, die sich seit einigen Tagen rund um den Gasthof herumgetrieben hatte. Viktor hatte sie willi getauft und war froh über etwas Gesellschaft. Artikel von Dorffestlichkeiten im Gasthaus fielen ihm in die Hände, vergilbte Fotos, Taufurkunden und einige Urlaubspostkarten aus Ferienzielen in der Region. Er stutzte, als ihm ein Artikel auffiel, der sich deutlich von den anderen Unterlagen unterschied. Wie Sie bereits richtig vermuten, handelt es sich um den Zeitungsartikel, den ich diesem Brief beigelegt habe. Viktor war angesichts der Enthüllung fassungslos. Der im Artikel erwähnte Mann war kein geringerer als sein eigener Großvater. Als Viktor noch ein Kind war, hatte man ihm erzählt, sein Großvater sei bei einem Jagdunfall ums Leben gekommen. Schon damals schärfte man ihm ein, möglichst nicht über die Sache zu sprechen oder allzu viele Fragen zu stellen, da die Details des Unfalls seine Großmutter zu sehr schmerzten. An die Abwesenheit des Großvaters gewöhnt, vergaß Viktor die Angelegenheit mit den Jahren und dachte fern von der Heimat kein einziges Mal an den rätselhaften Tod seines Vorfahren. Nun, da er die Wahrheit in Händen hielt, ergaben einige Dinge auf beängstigende Weise Sinn. Die verstohlenen Blicke der Gäste, die ausweichenden Antworten auf selbst harmlose Fragen nach seinem Großvater, all das war ihm bereits damals etwas merkwürdig vorgekommen, doch wurden diese Umstände von der Unbedarftheit seines kindlichen Verstandes ganz offensichtlich arglos hingenommen. Wie manisch begann Viktor die restlichen Kisten auf dem Dachboden zu durchforsten, wenn seine Familie noch mehr Geheimnisse vor ihm verborgen hatte, so wollte er es hier und jetzt herausfinden. Nach einiger Zeit wurde er ein weiteres Mal fündig. Eingepackt in Zeitungspapier fand er sieben identische, in schwarzes Leder gebundene Bücher. Es handelte sich, wie er nach einigem Querlesen herausfand, um die Tagebücher seines Großvaters Otto Brandenstein. Die ersten Bände waren unauffällig. Otto schrieb über seine Familie, das Leben im Ort, über seine Gäste in der Wirtschaft und über Ausflüge in das schöne Harzer Umland. Mit einem Kloß im Hals erkannte Viktor, von wem er seine Leidenschaft für das Schreiben offensichtlich geerbt hatte. Sein Großvater empuppte sich in seinen Tagebüchern als unterhaltsamer und eloquenter Erzähler. Dies änderte sich jedoch schlagartig im letzten Band. Die Einträge ergaben zunehmend weniger Sinn. Die Absätze wirkten zittrig hingeworfen und mit viel zu starkem Druck auf die Seiten geritzt. Sein Großvater schien in Wahnvorstellungen abzudriften. Seltsame Gedichte über Blutrituale durchzogen die letzten Teile des Buches. Wirre Abschnitte wie »Milli tot«, »Hanni tot«, »Lilli tot«, »Alle tot« ließen Viktor mit einem Schaudern an den Zeitungsartikel denken. Sein Großvater ein Massenmörder? Oder hatte ihn zu diesem Zeitpunkt bereits der Wahnsinn umnachtet? Oder, drängte es auf einmal in seinem Bewusstsein, steckte etwas gänzlich anderes, viel Bedrohlicheres hinter diesen Aufzeichnungen? Ihm fiel ein kurzer Absatz am Ende des Buches auf, der der Handschrift in den ersten Bänden gelich. Laut Viktor stand dort Folgendes geschrieben. »Ich kann ihr nicht mehr widerstehen, die Dinge, die sie mich zwingt zu tun. Ich kann nicht mehr in den Spiegel sehen, aus Scham und aus Furcht, denn ich weiß, sie ist stets hinter mir, Bertha, dieses verfluchte Ding aus der Hölle. Ich werde ihr ein Ende setzen, und wenn es das Letzte ist, was ich tue.« Danach folgten wieder wirre Einträge. Die letzten Seiten füllten lediglich in blutroter Tinte geschriebene Buchstaben, immer und immer wieder der gleiche. B. Die Seiten waren an einigen Stellen von der Feder zerrissen. Viktor kam ein unheimlicher Verdacht. Wo hatte er dieses B schon einmal gesehen? Ihm fiel schlagartig die Kiste ein, in der er die namenlose Puppe gefunden hatte. Sollte diese Puppe etwa Bertha sein? War sein Großvater verrückt geworden und hatte begonnen, die Puppe als lebendiges, vom Teufel besessenes Wesen zu betrachten? Er begann, das vorletzte Tagebuch zu durchforsten und fand zu seinem Schrecken, wonach er gesucht hatte. Otto Brandenstein schrieb am 3. April 1953, etwa ein Jahr vor seiner Festnahme, folgendes in sein Tagebuch. »Heute kam Mutter zu Besuch. Ihrem Räumer geht es wieder schlechter, dennoch kümmert sie sich störrisch allein um alle Belange im Haushalt. Gegen meinen Rat hat sie nun auch begonnen, die alten Kinderzimmer auf eigene Faust zu räumen. Sie ist in der Tat so unbelehrbar wie ein bockender Esel. Zu meiner Überraschung hat sie mir unsere alte Berti mitgebracht, die Puppe, mit der wir als Kinder oft gespielt haben. Mutter meint, sie sei zu kostbar für den Kirchenbazar und ich solle sie für die Kinder verwahren. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals zwei Puppen waren. Doch die Jahre machen wohl auch mich vergesslich. Bereits einige Wochen nach diesem Eintrag begannen die Einträge wirrer zu werden. Bis sie schließlich in den manischen Kritzeleien des letzten Tagebuchs endeten. Viktor war entsetzt. Das ungute Gefühl, dass mit der Puppe namens Bertha etwas nicht stimmte, schlich unbehaglich in sein Bewusstsein. Er fragte sich, ob er langsam den Verstand verlor wie dereinst sein Großvater und brach seine Nachforschungen für diese Nacht unvermittelt ab. Er würde sich keine Angst von einem Spielzeug machen lassen, so bizarr seine Geschichte auch sein mochte. Er beschloss, die Puppe in den nächsten Tagen zu entsorgen. Die Rolle, die sie im Wahnsinn seines Großvaters offenbar gespielt hatte, wog für Viktor schwerer als ihr historischer Wert. Am folgenden Abend ging Viktor früh zu Bett und sank wie in den Tagen zuvor in unruhige Träume. Ihm war noch, als sähe er am Fuße des Bettes eine Bewegung, da übermannte ihm bereits der Schlaf. Das Nächste, woran sich Viktor nach eigenen Angaben erinnern konnte, war Folgendes. Es regnete und seine Augen wurden vom peitschenden Regen verschleiert. Sein Rücken und seine Hände schmerzten. Als er an sich herab sah, erkannte er, dass er auf schlammigem Boden kniete. Sein Nachgewand hing in Fetzen an ihm herab. Seine Hände waren schlammverschmiert. Er begriff, dass er im brachen Garten hinter dem Gasthof kniete und seine Augen gewöhnten sich langsam an das düstere Zwielicht der Nacht. Er erkannte die Szene aus dem Traum und versuchte zu erwachen, doch seine anhaltenden Schmerzen und das Peitschen des kalten Regens auf seiner Haut gaben ihm nachdrücklich zu verstehen, dass dies kein Traum war. Nicht dieses Mal. Ein Blitz riss einen hellen Lichtstrahl in die dunkle Nacht und offenbarte den grausigen Anblick, der sich zu Viktors Füßen ausbreitete. Er blickte auf ein Massengrab. Mit bloßen Händen hatte er scheinbar schlafverhandelnd mehrere Dutzend verrottende Skelette hervorgescharrt. Es waren Skelette von Katzen. Angewidert taumelte er rückwärts. Schlagartig durchzuckte ihn die Erinnerung an die wahnsinnigen Aufzeichnungen Otto Brandensteins und ihm wurde schmerzhaft klar, wessen Horrorvision er hier nun am eigenen Leibe zu spüren bekam. Bei den Seelen, die sein Großvater damals laut eigenen Angaben gewaltsam ermordet hatte, Millie, Hanni, Lilly und all den anderen, handelte es sich offensichtlich um die Katzen, die nun als Kadaver in diesem Tierfriedhof vergraben waren. Viktor rannte zurück ins Haus. Er wollte dem Albtraum entfliehen, aus dem er dieses Mal nicht erwachen konnte. Doch als er die Schankstube erreichte, erwartete ihn ein Anblick, dessen erneute Schilderung selbst in mir wider Willen hervorruft, mein alter Freund. Laut Viktors Angaben war die Gaststube gänzlich verwüstet. Zerstörte Möbel flankierten eine groteske Szene, die Viktor keuchend in die Knie zwang. Am Boden lag, grausam erdrosselt, in einer Lache seines eigenen Blutes, die kleine Streunerkatze, Willi. Im grellen Licht der Gaststube erkannte Viktor das Blut an seinen Händen und er wusste mit einem Mal, dass kein geringerer als er selbst verantwortlich für die albtraumhafte Szene war. Ihm wurde übel. Entsetzt kehrte er dem Massaker den Rücken, doch gleich darauf taumelte er rückwärts in die Überreste des Blutopfers, denn hinter seinem Rücken stand. Blut verschmiert und geisterhaft lebendig. Bertha. Viktor stieß einen Schrei aus. Niemand konnte die Puppe bewegt haben. Angesichts der ungeheuerlichen Ereignisse dieser Nacht gingen Viktor die rationalen Erklärungen aus. Mit letzter Kraft floh er aus dem Haus. Er schwört, er habe noch ein grausames kindliches Kichern vernommen. Ehe er Hals über Kopf vom Anwesen wegrannte. Seit dieser grausigen Episode hat er keine Nacht mehr in dem Gasthof verbracht. Er kehrte am folgenden Tag zurück. Das Stube notdürftig verscharrte den Tierfriedhof erneut und warf Bertha zurück in ihre Kiste auf dem Speicher. Die morsche Box verrammelte er, so gut es ihm in seiner Hast möglich war, und nahm über einige Umwege Kontakt zu unserer Organisation auf. Als ich bei Viktor Brandenstein eintraf, verlegten wir unser Treffen, wie bereits zu Anfang erwähnt, direkt in den Gasthof. Nachdem er seine Erzählung beendet hatte, fiel mir auf, dass wir an der einzigen unversehrten Tischgruppe saßen. Die besudelten Wände waren nur notdürftig abgeschrubbt worden. Mich schauderte es gehörig, alter Freund, das muss ich zugeben. Doch was mir jenseits der Erzählung Viktor Brandensteins das Blut in den Adern gefrieren ließ, will ich Ihnen nicht vorenthalten, mein lieber Schrecken. Während Viktor seine unglaubliche Geschichte mit mir teilte, besah ich die Dokumente und Tagebücher Otto Brandensteins, die für mich in der Stube bereit lagen. Bei der oberflächlichen Durchsicht eines kleinen Stapels Fotos musste ich unwillkürlich stutzen. Ich trennte zwei Aufnahmen, die über die Jahre scheinbar zusammengeklebt waren und entdeckte ein höchst merkwürdiges Indiz. Auf einem der beiden Abzüge war Folgendes zu sehen. Ein Junge, höchstens zehn Jahre alt, stand lächelnd vor dem Schaufenster eines kleinen Dorfladens. Zu sehen waren neben allerlei Waren auch üppiger Osterschmuck, es muss also zur Osterzeit aufgenommen worden sein. Ich besah mir die Rückseite des Fotos und erkannte die Aufschrift Otto, April 1907, Kramerladen, Fricke. Eindeutig handelt es sich um Viktors Großvater, den später dem Wahnsinn verfallenen Otto Brandenstein. Es war das prominenteste Stück im Schaufenster hinter dem lachenden Kind, das meine Aufmerksamkeit bannte. Inmitten der Osterdekoration standen zwei fast lebensgroße Kinderpuppen. Mit ihren weißen Matrosenuniformen sahen sie aus wie Zwillinge. Beide hatten helles Haar, soweit man dies auf dem Foto noch erkennen konnte, das Mädchen trug es in zwei Zöpfen über der Schulter. So vergilbt das Foto auch wahr, die beiden schwarzen Glasaugenpaare glänzten, als wäre der Abzug frisch aus dem Fotolabor. Ich erkannte ein Reklameschild am Fuße der beiden Puppen. Während Victor sich immer mehr in Rage redete, zückte ich verstohlen eine kleine Lupe und versuchte die Schrift auf der Tafel zu entziffern. Als ich die Buchstaben schließlich vergrößert erkannte, erschauderte ich. Dort stand in verschnörkelter Schrift »Die Zwillingsmatrosen Robert und Bertha, ein lustiges Spiel für Mädchen und Bub.« Ich steckte das Foto beiläufig in meinen Mantel und schenkte Victor wieder meine volle Aufmerksamkeit. Das Foto finden sie dem Brief beigelegt, doch ein guter Rat. Besehen sie es sich nicht zu lange, mein Lieber. Die Puppen scheinen sich nach einiger Zeit zu bewegen. Ein Anblick, der einen flauen Magen und ein unangenehmes Schwindelgefühl verursacht. Mein lieber Schrecken, ich habe eine Vermutung. Noch sind die Beweise zu dünn, als dass ich wirklich sicher sein könnte. Ich will meinen Verdacht zunächst nur mit Ihnen teilen. Der Name der männlichen Puppe hat mich stutzig gemacht. Sicher erinnern Sie sich an Robert, die verfluchte Puppe. Sie tauchte 1908 im Hause eines gut betuchten Ehepaars in Key West in den Vereinigten Staaten auf. Sie war ein Geschenk für den damals etwa achtjährigen Sohn des Hauses gewesen, Robert Eugene Otto, genannt Gene. Gene benannte die Puppe laut damaliger Quellen nach sich selbst. Daher trug sie fortan den Namen Robert. Ein Detail, das mir schon immer merkwürdig an dieser Geschichte vorgekommen war. Warum sollte ein Kind einer Puppe seinen eigenen Namen geben, zumal der Rufname des Jungen ja eigentlich Gene lautete? Wäre es nicht ebenso wahrscheinlich, dass die Puppe bereits den Namen Robert gehabt hatte, bevor sie zum Geschenk für den gleichnamigen Jungen wurde? Ungeachtet dieser Ungereimtheit war Gene von Anfang an eingenommen von der Kindsgroßen Matrosenpuppe. Hausangestellte berichteten, dass er sich stets mit der Puppe unterhielt, fast so, als erwarte er eine Antwort. Während Jeans Vater zunehmend ungehalten über die absonderliche Bindung zwischen Gene und Robert wurde, versuchte Jeans Mutter mildewalten zu lassen. Doch die unerklärlichen Vorkommnisse um Robert jagten auch ihr zunehmend Angst ein. Die Puppe schien sich selbstständig durchs Haus zu bewegen. Einige Zeugen behaupteten sogar, dass von der Puppe bisweilen ein diabolisches Kichern ausging. Die Puppe überlebte das Ehepaar Otto Senior und als Gene nach Jahren in Europa mit seiner Frau Anne in sein Elternhaus zurückkehrte, wurde angeblich auch diese Opfer der lebendigen Puppe. Roberts Macht erwachte mit Jeans Rückkehr zu neuem Leben. So soll Anne Otto beispielsweise mehrmals von der Puppe auf dem Dachboden eingesperrt worden sein. Nach dem Tod Gene Ottos wurde die Puppe auf dem Dachboden des Hauses in Key West zurückgelassen und eine neue Familie zog in das Anwesen an der Eden Street. Doch auch die nächsten Bewohner sahen sich unerklärlichen Spukphänomenen im Zusammenhang mit der Puppe ausgesetzt und beschlossen schließlich Robert an das Key West Art and Historical Museum zu spenden, wo er bis heute hinter Glas verschlossen ausgestellt wird. Nun, mein lieber Schrecken, Sehen Sie ihn? Den einen losen Faden? Den Faden, der mich zu meiner kühnen Theorie führt? Die Frage ist doch, woher kam die männliche Matrosenpuppe namens Robert? Die meisten Quellen berichten davon, dass Gene sie von einer karibischen Dienerin bekommen hatte, die im Haus der Ottos schlecht behandelt wurde und sich mit Voodoo-Magie an der Familie rächen wollte. Klingt für mich ein bisschen nach einem hastig herangezogenen Klischee, das im Laufe der Jahre wieder und wieder in den Erzählungen um Robert wiederholt und multipliziert wurde. Eine einzige sehr spärliche Quelle berichtet davon, dass Gene die Puppe von einer alleinstehenden Tante namens Bridget Otto geschenkt bekommen hatte. Bridget vertrieb sich ihre Zeit mit Reisen nach Europa und brachte ihrem Neffen, einem Einzelgänger, dem es schwer fiel, Freunde zu finden, um 1908 ein besonderes Geschenk mit. Die Puppe im Matrosendress. Einen Spielkameraden für den einsamen Jungen. Eben diese Tante Bridget soll es auch gewesen sein, die sich kaum ein Jahr später im Sinne des Vaters ebenfalls dafür aussprach, dass sich Gene lieber von der Puppe trennen sollte. Die merkwürdige Symbiose der beiden war auch ihr unheimlich geworden. Sie konfrontierten Gene mit ihrem Entschluss. Letzten Endes brachte allerdings erst Jeans Besuch eines weit entfernten Internats die gewünschte Wirkung. Die Quelle berichtet, dass Bridget Otto kurze Zeit nach dieser Familienunterredung im Anwesen der Ottos unter ungeklärten Umständen ums Leben kam. Der behandelnde Arzt bescheinigte als Todesursache einen Schlaganfall, obwohl sie unter anderem vom Hauspersonal als gesunde, lebenslustige Frau beschrieben wurde. Nun, die Indizien sind ans Licht getreten, mein lieber Schrecken. Hatte Bridget Otto die Puppe im Jahr 1907 womöglich in Deutschland erstanden? War sie ihr aufgrund der Namensvetternschaft mit ihrem Neffen aufgefallen und war dies der Grund für die Trennung der Puppenzwillinge? Robert ging nach Amerika, Bertha blieb in Deutschland und fand schließlich bei der Familie Otto Brandensteins in Herzberg ein neues Zuhause. Könnte es sich so zugetragen haben? Meine These? Ein magisches Artefakt, dessen Teile in beide Puppen eingearbeitet wurden, wäre eine mögliche Erklärung für das unheilvolle Eigenleben der Puppen. Durch die Trennung der Puppen könnte eine Art Fluch in Kraft getreten sein, der sich vermutlich erst durch die Zusammenführung der beiden unheimlichen Matrosenkinder wieder bannen lässt. Die Vereinnahmung von lebenden Kindern als Spielkameraden und das Verlangen nach Tieropfern lässt eine Art Ersatzverlangen aufgrund des Verlusts der Zwillingspuppe ausmachen. Nun, mein lieber Schrecken, all dies ist natürlich reine Spekulation, doch mein Bauchgefühl hat mich bisher selten getrogen und auch die Welt des Paranormalen ist bis zu einem gewissen Grad vermessbar. Ich denke, es wird das Beste sein, die Puppen direkt miteinander zu vergleichen. Die weibliche Puppe habe ich nun in meinem Besitz und mit einem temporären Reiseband belegt. Viktor Brandenstein wird noch einige Zeit brauchen, die Ereignisse zu verarbeiten, die sich in den letzten Wochen ereignet haben. Doch er scheint mir ein zäher Bursche zu sein. Ich habe unverzüglich eine Forensikerin aus Key Lago kontaktiert. Miss Seldridge hat mir bereits einige Jahre zuvor in einem anderen Fall sehr unkonventionell zu einer Lösung verholfen. Sie kann uns dabei behilflich sein, die beiden Puppen im Museum in Key West zu vergleichen und eine Materialanalyse durchführen. So wird es uns möglich sein, zweifelsfrei sagen zu können, ob die Puppen tatsächlich Zwillinge sind und was sich in ihrem Inneren verbirgt. Nun, mein lieber Freund, die Florida Keys, eine reizende Kollegin und ein tödliches Artefakt, darf ich raten, wer von uns sich freiwillig zur Verfügung stellen wird? Ich schicke Ihnen die Reisedetails nach London, sobald ich mit der Puppe im Hauptquartier eingetroffen bin. Packen Sie leicht. In Florida ist es um diese Jahreszeit unerträglich sonnig. Ihr ergebener Freund Angst. Sie möchten wissen, wie es weitergeht im Archiv von Angst und Schrecken? Abonnieren Sie meinen Kanal und verpassen Sie keine Folge. Und mit einem Klick auf den Like-Button helfen Sie mir dabei, den düsteren Schatz von Angst und Schrecken zu heben. Bis zum nächsten Mal. Ihr Archivar Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020